ja hallo meine freunde wir sind hier als 3er squad auf lighthouse unterwegs und warum diese runde kurz ist und wir mal wieder nicht zu unseren quests kamen seht ihr gleich ich bin es wie immer euer ganshot und wünsche euch jetzt erstmal viel spaß mit dem video wir hoffen aber dass es jetzt auch morgen das letzte mal aufpassen glaube da mal am autos von den wasser häuser nenne ich es mal alter ich könnte kotzen ich sag's gerade noch der erste auf dem hügel wo das kleine waldstück ist gar nicht ja das kann ich da ist noch einer der zirkelt ist nicht nur einer direkt unter dir irgendwo da da ist er machen weg wir können gerade nicht ja ich versuche blickwinkel zu kriegen wegen der ist auch gemoved der typ der ist ich bin mir sicher dass es mehrere war ich bin mir sicher es war einer ich habe heute auch gerade nur einen der ist ja gestorben nein der ist ja gut schön das höre ich nicht mehr irgendwas habe ich gehört aber das ist schon als meeresrauschen ist außerdem eine svd wir machen das viele gerade erst bei dem mission keine ahnung bist du gejumpt aber es klang wie hinter dir machen wir nichts ist ja ist ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Links, er ist im Haus Das links ist Flado Er ist im Haus Irgendwas auf Holz auf jeden Fall Einer tot Aber der hat irgendwie nach links geguckt aus dem Fenster War mir nicht sicher, dass es der Kollege war Das würde passen, weil er in die Richtung weggerannt ist Vielleicht unten in das Bootshaus noch reingucken Das Blut Kargolo Wie komisch Der ist aber hier hoch, glaube ich Aber es könnte durchgetropft sein hier von den Typen Also da raus, oder kommst du da rum? Ne, ne Doch Hier sind Einschüsse Ja, weil du ja in die Richtung geschossen hast Ah, ja, ja, ok Dein Wester ist auch komplett Oh, ja Sehr cool, wenn ihr meine Waffe ins Wasser droppt Bist du irgendwo am Strand gestorben, oder? Ja, noch auf dem Weg Noch vor dem Truck Also ich habe es nicht mal zum Truck geschafft Der hat hier komplett Ich sage es halt noch, dass da einer sein könnte, weißt Ja Hat er denn eine SVD, der Typ? Äh, ne, der hat eine DVL Die WL, ok Dann ist auf jeden Fall nicht sein Buddy Äh, dann ist auf jeden Fall sein Buddy und der Typ Das ist für auch nicht, wenn du abkratzt Hallo, vielleicht überlebe ich auch noch eine Okay, ist ja der eine doch abgekratzt mit der Nate da, oder? Ich guck da gleich noch Ja, dann müsst ihr mal gucken Erstmal, erstmal gehen wir kurz Tobis Sachen saven Und dann können wir uns mit den Arrest kommen Äh, warte So lange es aber besichert kommen wahrscheinlich die Scaffs rein Ja, ja, deswegen Ich brauche bis kurz das 60er-Fall und dann bin ich auf dem Weg Verlass mal die Gruppe, spiel selber schnell in den Scaffron Geht's jetzt schon los? Na klar Ist auch bescheiden Äh, dann kann man jetzt beide hinterher Etwas freiseitig laufen Hast du was aufgemacht? Ja, ne? Ja Irgendwo da müsste der liegen Mit der SVD Ja, ja, den such ich grad noch nicht Erstmal will ich dich haben Da vorne besucht Ja, du siehst mich ja da Boah Jo, was macht er denn? Harten Stopp, bevor er sich hinlegt Ich hab schon wieder nicht essen und trinken können, so ne Scheiße Die SVD ist glaub noch am Leben Echt jetzt? Ja, ich find hier ist keine Leiche Ist der Kondor Rüstung lass ich liegen, ne? Die willst du wieder haben? Äh, ja, achso So, das... Okay, ja Aber der beschießt ist nicht Ich gucke gleich, wenn ich seine Sachen gesaved hab, dann... Bist du im Haus? Ja Ja, ich bin im Haus Ich gucke grad nach, wo der sein könnte Na Okay Okay Will ich hier reinschmeißen den Scheiß, oder? Reicht das? Ja Jetzt reicht So, wo kann der typisch Sturm sein? Der kann ja nicht... Der ist versteckt weggelaufen und der andere hat nicht dazugehört, oder? Wäre da recht komisch, wenn der... Eine, der im Haus war, nicht dazugehört hätte Hier liegt doch jemand Hier hast du doch eine umgebracht Das VD Mit... mit einer Slick Wo denn? Ne, übrigens Du hast ihn nicht umgebracht Das warst du Mit einer Slick Mit einer Slick Das ist eine Hex-Grid, Alter Eine Hex-Grid Wenn du willst, kannst du haben Ich kann nichts tragen Ich will die DWL, aber... Aha Ich brauch die unbedingt für eine Quest Hast du halt ja... Hat da keiner von denen einen Rucksack bei? Nein Ich nehme einen Scheiß mit Liegt hier ein Busch drin Wo genau bist du? Okay Ah Okay Okay Now we got a goddamn Scam Ja Oh, hier drin ist er Du bist recht Entschuld Hinter mir Was soll ich machen? Was soll ich machen? Erstmal muss ich... Die Handgranate wäre fast wieder rum gewesen Er rennt hier irgendwo Er ist oben auf dem Berg Ich muss mal Einzelschuss machen Ist die Tür Ich muss mal Einzelschuss machen Ist die Tür Die Tür Eine ist unten Eine ist unten Nice Der Meter Schrotzer hat mich Happy Trigger Das war's.